Ich denke, dass ich den coolsten Job hier habe bei der Firma 1MH. Ich habe den coolsten Job. Ich habe den coolsten Job in der Firma. Ich glaube, wir haben den coolsten Job hier drin. Was denkst du, wer hat den coolsten Job hier drin? Das habe definitiv ich. Also wenn du mich so fragst, würde ich schon sagen, dass meiner der coolste Job ist. Hallo, ich bin Simon, ich bin im vierten Lehrjahr als Zerspannungsmechaniker bei der Firma 1MH. Hallo, mein Name ist Matthias. Ich bin Lehrling im ersten Lehrjahr als Zerspannungsmechaniker. Heute nehmen wir euch mit auf die Suche nach dem coolsten Job. Kommt mit! Hallo, mein Name ist Weiss Dietmar. Ich bin Leiter vom Wareneingang und Warenausgang. Hallo, mein Name ist Philipp Römer. Ich bin Zerspannungsmechaniker im Fachrichtung Drehtechnik. Ich bin Stefanie Stahn, bin 38 Jahre alt und bin als Segerin eingestellt hier. Hallo, ich bin der Jochen Gentner. Ich bin seit 2013 als Feuerkletter tätig. Ich bin König Alfons, arbeite schon seit ca. 30 Jahren hier. Ja, hi, ich bin Philipp Leip, bin 24 Jahre und arbeite bei der NMH als Montageleiter. Die hauptsächliche Aufgabe ist, die Montagepläne zu erstellen. Heißt also, dass jeder Montagmorgen reinkommt und bis abends weiß, was er zu tun hat. Meine Tätigkeiten sind Rundschläufen, Flachschläufen, manchmal ein bisschen Schweißen, Hohnen. Also das Leiten von Projekten, das Management, die Kundenkommunikation, Schreiben von Angeboten. Das heißt, von der Angebotserstellung bis zur fertigen Maschine bis zur Inbetriebnahme mit unserem Kollegen von der Montage ist alles dabei. Ich tue gravieren, glühen, entgraten, auch mal was einlegen in der Maschine. Meine täglichen Aufgaben sind das Programmieren und Rüsten von CNC-Drehmaschinen und das Fertigen von technischen Zeichnungen nach Auftragslage für die jeweiligen Kunden, was angefordert ist. Die täglichen Aufgaben sind die Waren annehmen, kontrollieren, stichbodenhaltig Messungen durchführen und dann auf die Projektwägen verteilen. Ich habe den coolsten Job, weil ich am Anfang der Kette stehe. Zu mir kommen die Karten, ich lese sie, prüfe, dann säge ich es, verteile es auf die Stationen. Ich nehme einfach die Kommunikation zu den anderen. Finde ich halt am besten. Weil ich habe so viel Abwechslung hier drin als Montageleiter. Da kommt von morgens bis abends auch immer unterschiedliche Aufgaben. Zudem komme ich als Montageleiter auch eigentlich in der ganzen Welt umeinander bei verschiedenen Kunden und erledige da meine Arbeit. Ich denke, dass ich den coolsten Job hier habe bei der Firma NMH, weil die angelieferte Ware zuerst die Ware-Eingangskontrolle durchlaufen muss von mir und meinen Kollegen. Und danach erst in andere Hände weitergeleitet wird. Ich habe den coolsten Job in der Firma hier, weil mich die Genauigkeit fasziniert, was möglich ist mit den Teilen zwischen Hundertstel und Tausendstel. Weil wir hier ein super Team haben, unser Job sehr abwechslungsreich ist und wir jeden Tag aufs Neue unsere Fertigkeiten unter Beweis stellen können. Wir haben eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Wenn man jedes Mal etwas anderes hat. Mal machen wir eine Messmaschine und dann machen wir etwas für BMW, also gerade Bauteilhandling im K.O.-Serie-Bereich. Dann haben wir wieder mit Schweißrahmen, Zentur oder irgendwelche Bauerprüfanlagen. Das ist wahnsinnig abwechslungsreich und genau das wäre der coolste Job. Nun wart ihr dabei beim Rundgang durch unsere Firma. Wer den coolsten Job hat, müsst ihr entscheiden. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es der Leiter der Konstruktion. Ich bin der Meinung, dass der Montageleiter den besten Beruf hier drin hat, weil er Produkte von NMH auf der ganzen Welt aufbaut und die besten Kollegen unter sich hat. Ausbildung. Ausbildung. Spaß am Beruf. Spaß am Beruf. Snapchat. Instagram. Chillen. Party. Fußball. Vergeben. Chips. Wahre Liebe. Mama. Papa. Kein Handy. Kein Fernseher. Vergangenheit reisen. Burger King. McDonalds. Werkstatt. Werkstatt. Gold. Wein. Bier. Tanzen. Früh. Spätowsteher. Traditionell. Traditionell. Träume. Träumer. Netflix. 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 Ordentlich. Chaotisch. Pizza. Brünett. Grünett. Land. Stadt. Schwitzen. Schwitzen. Ohne Butter. Ohne Butter. Die drei Fragezeichen? Die drei Fragezeichen. Sport. Sport. Strandurlaub. Arbeit. Schule. Musik. Musik. horizonte. Mensch. too. reminded. Job感. schnock.